So, und damit herzlich willkommen zurück zu GTA 5 im Singleplayer-Modus. Hey Onkel T, hier ist Jizzle, natürlich. Der blöde Fettwanz, der uns den Wagen geklaut hat. Also nicht den von Trevor, den von Michael. Seinem eigenen Vater. Bin froh, dass du wieder da bist. Mein Date verhält sich in letzter Zeit wie eine durchgekannte Schlampe. Voll sauer und so. Bring ihn mal wieder runter. Lass uns irgendwann mal abhängen. Ich rauche jetzt eine Menge Gras und vielleicht können wir ja mal saufen gehen oder so. Hey Onkel T, hier ist Jizzle. Jimmy D, der krasser Checker, bin froh. Hey. Okay. Gut. Joa, hat gepasst. Seist du. Egal, wo ist mein Auto. Da ist mein Auto. Breakfast 5-11. Doc Tees, fahr runter zur Küste und komm raus aus Wasser, um ein paar wilden Seashakerinnen teilzunehmen. Okay, also Wasser rennen. Alles klar. Ja, mission, 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 Trevor. Trevue. Ja, ich kann es auch nicht glauben. Einen Anruf. Was, ich kann sogar direkt auf Michael wechseln? Okay. Brett hat uns ja auch noch geschrieben, dass er uns vermisst. Irgendwie sowas habe ich gerade im Augenwinkel unten links gesehen. Jetzt sind wir schon ein bisschen, oder wie? Oh, ne, die kenne ich. Oh, fuck, jetzt wird es heftig. Und fühlen sich nicht so schlecht über dich, okay? Porkchop? Oh, fuck you. You know, ich beginne zu denken, das ist genau das, was du willst. Ja. Oh, Jesus. Ich habe gerade gesagt, das gleiche was für meine Frau. Ich habe ihn gesehen, das letzte Mal, ich habe ihn verletzt. Boom! Oh, meine Damen! Gott, du bist ein Scheiße. Du, du da da. Ich weiß, du, aber du? Du, ich weiß nicht. Ja, bis ich sehe, dass ich das nicht anders sehe, why don't we just keep it that way? Steve, what a pleasure, bro. Oh! It reminds me of one of those guys you see advertising pills from middle-aged men that can't get erections. Scheint es erwartig zu sein. Hey, Devin Weston is a very good friend of mine, so why don't you watch your tongue? Because let me tell you something, that guy gets more tail than a tailcatcher. I have to fucking remember that line. You. Where did we meet? Nowhere, pal. Yeah, we did. Hey, oh, what are we doing here, huh? This. Please, keep the sleep bastard away from me. No, no, Ferdinand, he's gone. He's gone. It's okay, I've got some new friends here now. This is Michael, and this, this is Trevor. No. Now, our friend here, he claims he doesn't know anything. I don't know anything. I don't know. I already told nothing. Nothing, I don't know anything. Please, please, sir. You know about the Azerbaijanis? Huh? Azerbaijanis. I do audiovisual, high-five audiovisual. It's top man, good prize, VIP, you know? You're fucking spy. Oh, no, 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 no. I told him what I tell you. Uh-huh. What is this? I... I... This doesn't matter. What is this? The house in Rockford Hills. The man who owns it. He works at the consulate. Oh, that's all I know. That's it. That's it. That's it. I go. You're gonna make him speak. No, 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 no. You two are gonna drive up the Rockford Hills. And when we find out which man is the man with the problem, you put him down. No, 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 no. Because I'm tired of these fucking nitwits at the agency taking all the glory. Let's go. Hey, fuck is all this, huh? I think it's a good time, buddy. You know? Go for a drive. No. You get to work and, uh... I'm not here. Oh, scheiße. Ich weiß, was da noch kommen wird jetzt. jetzt kommt jetzt noch der angenehme Teil der sehr angenehme Teil der sehr, sehr unangenehme Teil kommt danach oh, ich freue mich ja so nicht sorry Ich bin unfähig zu fahren heute. Wie lange you've been working with the FIB? How long? The fuck does that matter? Either you were working with us before the Cash Depot job, you walked your crew into an ambush, one of them spent ten years on the run, and the other landed in a federal penitentiary. Or? Or, we stumbled on the Cash Depot job, Brad went down, you went down, Trevor got away, the FIB cut you a deal on your sickbed, faked your death, and you end up here. Who's to say which of those is true? That there's any doubt probably accounts for you being alive. Back there, Trevor made you right away. The second he saw you. Do you remember after the bust? I was in all the papers. I was on the evening news. The man who killed Michael Townley. Yeah, I was quite a trophy. A good head to hang on your wall. Back then, sure. Not now. This is bullshit. This place, Davey, they've been shooting the real cunts of suburbia. The last few weeks. No way that you're a guy. Shit. You are kidding me. I'll call Steve. Wrong house. This guy isn't our guy. Okay, okay, okay. You sure you don't want to silence him just to make sure? If we're silencing someone, we're silencing the right someone. Oh no, 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 oh no. I hate this mission. Choose your instrument and go to work. I don't want to. Where do we start, eh buddy? Wait. What are you talking about, the wrong guy? No. Who do you want? Just tell me what you want. Oh man? Oh please, look at me. Please. Wer will's doch erzählen? Waterboarding, das ist heftig, das ist heftig. Waterboarding. Wenn's geht, versuche ich nur das hier zu nutzen. Das tut am wenigsten weh mein Freund. Das muss sein. Das kann ja nicht anders. Es ist auch nicht legal. Das ist ja der Punkt. Ah, scheiße. Oh, fuck it. Oh, shit, shit, shit. Oh, scheiße. Oh, fuck. Oh, fuck. Why didn't you ask me? I know Tahir. I did his own home theater. He lives in Chumash. Right. Into the western highway. Ah. That wasn't so tough, was it? Huh? Oh, man. Und zu seinem Herzschlag. Wie wird der Controller? Oh, fuck it. Schumash. Schumash. You're driving. Na, immer gerne. Remember. Terror does not take coffee breaks. What a dick. Ich will doch nicht. Ich will da nicht wieder zurück, aber wir werden müssen. Noch dreimal. Aber das Auto haben sie in der Zwischenzeit repariert. Schnelle Reparatur. Carglass. Ein bisschen Werbung. Kriege ich jetzt meine Millionen von Carglass überwiesen. Dann haben wir das auch abgehakt. Dann gehe ich ja noch zum Burger King und McDonalds. Dann machen wir das auch abgehakt. 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 Und was ist Trevor? Was ist es? Ich brauche ein paar Resoluzungen, Davey. Du ihn leidst. Du sagst, du hast alles verraten, in Nord-Yankton. Und du sagst mir, es wäre ein guter Job. Keine casualität. Es gibt mehr Augen auf die Stadt als es braucht. Ja, well, according zu meinen Augen, Trevor ist dein Problem, Davey. Wie ist es, als er es mir ist. Es ist kein Problem. Wir monitorieren ihn. Hat er gesagt, was über Brad gesagt? Fuck, ja, hat er. Plenty. Ich verabschiede mich. Du weißt, er denkt, du könntest eigentlich Brad-Senten, wenn das alles überrascht. Das ist gut. Gut, gut. Wir senden noch eine Lette. Es ist über Zeit. Oh. Also das ist du, der hat diese Lette zu Trevor, oder? Ja. Er denkt, sie sind von Brad. Wer denkt, sie ist in hoher Sicherheit und nicht... Nein. Nicht unter der Erde. Nein. Okay. Ich will doch nicht. Kann ich nochmal? Ja, kann ich schon. Ich will dir eigentlich auch alles zeigen. Oh man. Das ist schlimm. Das kann ich nicht. Boah. Ich kann nicht immer gleich nachkommen. Ich werde eh alle machen müssen. Das ist wirklich geil. Das habe ich damals bei Kronen gesehen. Drei. Das ist Richer. Das bin ich zumal. Das ist environments. Mann! 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 Mann, Mann! Mann! Ah okay is Mozan. Fak it! Mann! Mann! Scheiße. Oh, fuck. Das reicht nicht im Leben. Nicht nur, dass ich es eh schon weiß, aber es reicht sowieso nicht. Keine Chance. Ich finde das Ziel. Oh Mann, ich will nicht. Der kann es sein, der kann es sein, der kann es sein, der kann es sein, der kann es als sie vielleicht sogar hat man eine schlechte Umwandlung hat davor gemacht. Keine Ahnung, jeder kann es hier sein. Immerhin haben sie so klar wollte ich kann. Ich weiß, hier was grün ist. Oh scheiße. Nein, 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 nein. Ich will nicht. Scheiße. Das heftigste vom Schluss, ne? Das hier. Fuck, 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 fuck. Oh, das tut mir unten rum schon weh. Oh, scheiße, scheiße. Das habe ich gerade eben schon gesehen. Das sind viele mit Bart. Kleine Chance. Oh, das ist ein... Keine Chance. Oh, nein. Oh, nein. Nein. Er hat es doch schon gesagt. Er kooperiert doch. Oh, scheiße. Nein, 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 nein Scheiße. Setz sie endlich. Oh, Scheiße. Oh, fuck it. Mr. K. Mr. K. I don't know anything, please. Okay. He chainsmoked. And he's left-handed. What's that? He chainsmoked. And he's left-handed. Ah, okay. In these bearded guys at the party smoke cigarettes, Mr. K. says he smokes like a packet to a day. Redwood cigarettes? Thank you, Mr. K. Steve's telling me he chainsmokes red person. Oh, Scheiße. It ain't the cigarettes that'll kill him. It's the guy who put the warnings on the packets he should worry about. And he's left-handed. Oh, you know I get it. You're telling me to assassinate a guy because he's got facial hair. A cigarette. And he's left-handed. I'm telling you. Ah, I see someone. He fits the profile. Yep, fits it all the way. I got a good feeling. Well, as good as you can get, walk up with a guy who probably don't deserve it. Now I'm taking the shot. So I don't see anyone behind me. Davey, I got someone. Definitely a lefty. Redwood smoking, bearded. Maybe. Could be. Used to be. As a vagina. Good enough for me. Steve, it's done. Woo! That is a wrap, my friends. Excellent work for the pair of you. Now I got a racquetball game to get to. So Trevor, if you take care of Mr. K., I think we're all set. What the fuck do you want me to do with him? I would say he's outlived his usefulness. Oh, come on, please. Shut up! Ah, it's a sport. Oh, scheiße. Come on. Why are you taking me to... Fuck, let's just go. Okay, I'm gonna let those G-Man fucking scumbags tell me what to do. What to do? You just... Don't ask too many fucking questions. Let's go, get up. 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 Oh, for fuck's sake. Come on. Let's go. Alright. You got a flight to catch. Let's get you to the airport. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, safety first. No, 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 no. You have no home. You have no family. That shit is over. Oh, fuck. They're in the morning wood. I love them very much. No, that's your old life. That's over now. You're off the grid. You're one of the invisible people. Just take me home. I'm taking you to the airport. You're gonna get on a plane. You're flying a long way from this country and you're gonna spread your message. I don't have a message. You're a torture advocate. Advocate? The media and the government would have us believe that torture is some necessary thing. We needed to get information, to assert ourselves. Did we get any information out of you? We have told you everything. Exactly. Tortures for the torturer. Or the guy giving the order to the torturer. You torture for the good times. We should all admit that. It's useless as a means of getting information. I'm feeling lightheaded. Sometimes you torture for the torturing. But only if they're prepared to pay. I am very unwell. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Dass er die Polizei am Flughafen jetzt nicht sagt. I'm sorry, aber... Fuck. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ben, schenk nach Vorschrift, halt mich jetzt nicht auf! Boah, ich würde echt wissen, was ich da hätte machen müssen. Alter Schwede, fuck it, ey. Oh, die Mission. und ich mag sie echt nicht. Kein bisschen. Naja, wir sehen... Wow. Das ist jedes Mal heftig. Auch beim 25. Mal, das ist heftig. Ah, da kommt noch was. Hey, Irrer, du machst mir Angst, aber bist irgendwie cool. Wir sollten mal reden mit Franklin oder ohne ihn. Egal, Alter. Okay, der will auch noch irgendwelche Missionen mit uns machen, wie es aussieht. Alter Schwede, nein. Naja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.